Und immer wenn du glaubst, schlimmer geht's nicht mehr, kommt irgendwo der Söder her. Ich habe mir heute die Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz angeschaut und ich bin unter Schock, wirklich. Ich bin entsetzt über das, was ich da erlebte. Und der erste assoziative Gedanke, der mir in den Kopf kam, war, niemand hat die Absicht, eine Impfpflicht zu errichten. Die Jüngeren haben die Assoziation vielleicht nicht. Das war Walter Ulbricht, der einmal sagte, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wenige Wochen bzw. Monate, bevor sie errichtet wurde. Nein, keine Gleichsetzung mit der DDR, aber wie hier gelogen wurde, wie hier gedrickst wurde auf dieser Pressekonferenz, das schockiert mich. Das hätte ich in einem demokratischen Land nie erwartet. Das erinnert mich mehr an autoritäre Systeme. Und ich saß wirklich kopfschüttelnd da, fremdschämend, auch fremdschämend darüber, wie harmlos, ja wie stichwortartig die Fragen danach wieder waren, die die Kollegen gemacht haben. Es kommen immer die gleichen zu Wort, das sind immer die üblichen Verdächtigen. Die erste wieder die Kollegin Dunz vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, die mich in der Bundespressekonferenz damals massiv kritisiert hat, weil ich zum Reden mir erlaubte, was für eine Ungeheuerlichkeit, die Maske abzusetzen. Aber darauf wollen wir gar nicht eingehen. Wir sind auf dem Weg in den Impftotalitarismus. Großbritannien lockert, Niederlande lockern, Dänemark schafft ab Anfang Oktober die Corona-Maßnahmen ab. Und die Deutschen, die wollen wieder die totale Impfung, die wollen wieder vorne sein vor dem ganzen Planeten, die wollen wieder alles ganz total machen. Und meine ausländischen Freunde hier, mit denen ich jetzt schon geschafft habe, ganz kurz zu sprechen, die sind einfach nur noch schockiert. Ich habe für die Seite einiges zusammengeschrieben. Hier mal ein Zitat von Herrn Söder. Wir wollen keine Impfpflicht. Jeder entscheidet selbst, ob er sich impfen lässt oder nicht. Das traut sich der Herr Söder zu sagen, nachdem er vorher und nachher minutenlang beschrieben hat, welchen Schikanen Nicht-Geimpfte ausgesetzt werden sollen. Das Grundgesetz gilt faktisch in wesentlichen Teilen die Grundrechte nicht mehr für Nicht-Geimpfte. Es wird faktisch eine Zweiklassengesellschaft geben. Die Tests sollen auch kostenpflichtig werden ab Anfang Oktober. Wer jetzt nicht viel Geld hat, hat dann gar keine Chance mehr. Und dann stellt sich dieser Herr Söder hin und sagt, wir haben nicht die Absicht, da eine Pflicht einzuführen. Jeder soll selbst entscheiden können. Also das ist ein Zynismus, der macht mich völlig sprachlos. Also ich halte das für eine Ohrfeige für jeden normalen Bürger. Und egal, ob jemand für das Impfen ist, gegen das Impfen, die Corona-Maßnahmen für Vernünftigkeit, für Übertriebenheit, so kann man doch in einer Demokratie nicht lügen. So kann man doch die Leute nicht für dumm verkaufen. Es ist heute schon so. Beispiel der Karneval in Düsseldorf hat jetzt erklärt, nur noch Teilnahme für Geimpfte, Tests reicht nicht. Und der Herr Söder stellt sich dann auch noch hin und sagt, naja, wenn irgendwelche privaten Veranstalter nur noch 2G akzeptieren, also Getestete nicht mehr reinlassen kann, der Staat nichts dagegen machen. Das ist in meinen Augen auch wieder gelogen. In Florida hat der Staat etwas dagegen gemacht. Da ist es verboten, den Impfstatus nachzufragen. Und Herr Söder stellt sich hierhin und sagt, der Staat kann nichts dagegen machen. Das ist der gleiche Zynismus wie bei der Zensur auf YouTube, auf Facebook. Der Staat tut alles, um die Leute da hinzubringen, bzw. die Unternehmen. Und dann sagt er, ja, wir waschen unsere Hände in Unschuld. Wir würden doch nie etwas machen. Wir haben autoritäre Maßnahmen, autoritäre Züge, die dann outgesourced werden, die dann auf die privaten Veranstalter abgewälzt werden. Und der Staat sagt immer, ja, wir machen doch nichts. Wir können nur nichts tun. Ich habe das in Russland massiv erlebt. Und es tut mir so weh, dass das hier so viele nicht durchschauen. Die denken immer noch, jetzt kommt die neue DDR, jetzt kommt die neue Sowjetunion. Nein, die kommen nicht wieder. Das geht sehr, sehr viel schlauer. Haxley hat das wunderbar vorhergesagt. Er sagte, die neue Diktatur wird so sein, dass die Leute es gar nicht merken, dass es eine Diktatur ist. Und was da heute alles gesagt wurde, ich zitiere nochmal den Herrn Söder. Da hat er noch einen freudschen Versprecher, hat er sich noch geleistet. Der Schülerausweis wird im Grunde genommen auch ein Testzertifikat werden, weil mit dem Schülerausweis man nachweist, dass man mehrfach geimpft ist, äh, getestet ist. Also der Schülerausweis dann sozusagen, jetzt hätte ich fast was Böses gesagt, das darf der Henrik sagen, also ich meine der Henrik Bruder, aber ich kann diese Vergleichen hier nicht machen. Aber es ist eine völlige Zweiklassengesellschaft, die wir haben. Es hieß da auch schon wieder weiter, Schüler nur noch, also mit Masken und mehrfach geimpft. Und er sagte dann auch noch, lieber vorher, lieber dämpfend, lieber präventiv. Herr Söder, wir haben ein Grundgesetz, wir haben Grundrechte. Der Verfassung steht nicht, dass man diese Grundrechte mal präventiv, dämpfend, lieber vorher außer Kraft setzt. Da steht drinnen, die sind unveräußerlich. Das Ganze ist in sich so widersprüchlich. Ja, es ging immer um die Überlastung des Gesundheitswesens. Die haben wir jetzt noch nicht mal ansatzweise. Ansatzweise, es ist nachgewiesen, dass es die noch nicht mal gab, ansatzweise, als die Impfung noch kaum da war. Beziehungsweise gab es die, aber in dem Rahmen, wie es vorher war. Da wurde viel betrogen, der Bundesrechnungshoch hat das auch nachgewiesen. Und jetzt kommen wieder die gleichen Kamellen. Für wie dumm, für wie ungebildet, für wie unmündig hält diese Regierung ihre Bevölkerung. Sie ist offenbar der Ansicht, dass man mit Angst, mit dem Schüren von Angst, alles durchdrücken kann. Ich bin fassungslos. Das ist nicht mehr das Land, in dem ich gut und gerne lebe. Das ist so, wie sich das darstellt. Darstellt ist das nicht mehr ein Land, in dem ich leben möchte. Das ist wieder ein schwarzer Tag für die Demokratie, für die Freiheit, für das Grundgesetz. Und ich habe ja gestern auf der Bundespressekonferenz Merkels Sprecherin Demmer gefragt, warum in den Niederlanden Lockerungen? Warum Lockerungen in Großbritannien? Warum verzichtet Dänemark auf die Corona-Maßnahmen ab Oktober? Sie können es nicht beantworten. Sie beantworten es gar nicht. Die Demmer sagt dann, ja, woher wollen Sie denn schon vorher wissen, dass es Einschränkungen gibt? Frau Demmer, wir sind nicht so dumm. Warum Spott? Warum keine offenen Auskünfte? Warum wird auf alles nicht geantwortet? Warum stehen Sie nicht Rede und Antwort? Weil so viele Menschen das mitmachen, aber werden die Menschen das ewig mitmachen? Wenn sie die ewig mit Angst in Schach halten können, mit dem Schüren von Angst? Völlig ignoriert auch jetzt wieder die Erkenntnisse aus den USA. In der New York Times war das, das sind keine Verbreiter von Verschwörungstheorien und Fake News, wie man ja heute alle, die sich nicht an dieses Narrativ der Regierung halten, bezeichnet. Dass auch Geimpfte ansteckend sein können. Bei der Delta-Variante hieß es da sogar so ansteckend. Wie Ungeimpfte. Warum gibt es dazu kein einziges Wort? Warum wird darauf überhaupt nicht eingegangen? Wenn es um die Gesundheit geht, dann müssen Sie doch das berücksichtigen. Das ist heute überhaupt nicht erwähnt worden. Die Kollegen haben auch wieder nicht danach gefragt. Ich verzweifle an meinem Verstand in diesem Deutschland des Jahres 15 unter Angela Merkel. Nein, ich bin kein Verschwörungstheoretiker in dem Sinne, wie Verschwörungstheorien früher gebraucht wurden. Ich glaube nicht, dass das Virus irgendjemand in böser Absicht in die Welt gesetzt habe. Ich glaube, dass Sie, unsere Regierenden, dass Sie dieses Virus jetzt, wo es schon mal da ist, ausnützen, um Ihre Machtfantasien auszuleben, um immer mehr Vollmachten zu haben. Ich glaube, dass Sie sich verrannt haben. Sie gemerkt haben, wenn Sie jetzt zugeben, dass Sie einen Fehler gemacht haben, den ich vielleicht auch gemacht hätte, weil ich auch Angst hatte im Frühjahr vergangenen Jahres, weil ich auch dachte, das wird ganz schlimm. Vielleicht hätte ich genauso entschieden, wenn ich Gott bewahre, der Verantwortung gewesen wäre. Aber, so mein böser Verdacht, Sie wissen jetzt, dass Sie zu weit hier drin sind, um zu sagen, es war ein Fehler und man kann das jetzt machen wie die Dänen, wie die Schweden, wie andere Länder und dass Sie deswegen immer das weiter schüren müssen. Herr Söder hat auch weiter wieder gelogen. Da hieß es dann zwei kleine Pieks und alles ist gut. Herr Söder, der Herr Wieler des Gesundheitsministeriums haben zugegeben, dass es sehr wahrscheinlich ist, beziehungsweise wahrscheinlich, dass eine Drittimpfung und dann noch eine Weiterimpfung möglich ist. Warum belügen Sie die Menschen? Warum bleiben Sie nicht bei der Wahrheit? Liebe Kollegen, warum nehmt ihr das hin, so viele von euch? Warum nur diese Gefälligkeitsfragen und könnte man noch schärfer, könnte man noch mehr? Für mich ist das wirklich ein schwarzer Tag. Darum bin ich jetzt so emotional. Ich bitte wirklich, das nachzusehen, aber ich fremdle mit diesem Land, denn faktisch erpresst die Regierung den Bürger. Er sagt, entweder lasst euch impfen oder wir schikanieren euch bis zum Umfallen. Das ist nicht mehr die Demokratie, wie wir die alle gehört haben. Und gestern, ich habe es auf meiner Seite, lesen Sie das, ein US-Senator hat sich genau so geäußert, Republikaner, Arzt, Virologe. Und er sagte, man muss endlich etwas dagegen machen, dass hier Bürokraten, Politiker mit Allmachtsfantasien hier ihre Regeln durchsetzen, die in seinen Augen wissenschaftlich nicht begründet sind. Ich weiß gar nicht, ob YouTube das jetzt wieder sperrt, ob die Zensur zuschlägt. In meinen Augen waren hier keinerlei medizinische Informationen, aber so weit sind wir inzwischen schon. In welchen Zeiten waren denn die, die die Zensur begrüßen, die die Zensur jetzt indirekt durchsetzen im Recht? Entschuldigung, dass ich nichts Erfreulicheres zu sagen habe. Ich muss jetzt einfach meine Enttäuschung, meine Frustration über das, was wir hier erleben, teilen mit euch, mit Ihnen, weil ich weiß, es hilft auch, um nicht verrückt zu werden in diesen Zeiten. Jetzt kommt die Sonne durch, jetzt mache ich Schluss. Alles Gute, danke, ciao. Was? Habe ich vergessen? Ich glaube, da kann man gar nichts mehr vergessen. Da ist so viel, was man sagen müsste, dass man stundenlang noch reden müsste, weil man ansonsten immer was vergisst. Alles Gute, danke, ciao. Als Backstage nochmal meinen alten Witz, aber was Besseres fällt mir heute nicht ein, ein alter jüdischer Witz aus Tiflis von meinem guten alten Freund Schurik in Tiflis in Georgien, da kommt Ismail zu Noah und fragt, Noah, wie geht's dir? Da sagt Noah, Ismail, ich habe ja früher immer gesagt, dass die Lage scheiße ist. Entschuldigung, aber so ist der Originalton. Ja, aber jetzt stellt sich heraus, dass was früher, was ich als Scheiße bezeichnete, das ist für heutige Verhältnisse das reinste Marzipan, was wir damals haben. So erscheint es mir heute auch. Vieles, was ich früher schon damit haderte, erscheint angesichts dessen, was wir jetzt erleben, als das reinste Marzipan. Alles Gute, danke, ciao. Vielen Dank.